Da haben wir einen Scharfschütz. Oh, klasse. Tja, 139 Meter, 6 von rechts. Zack. Ups. Jawohl, ja. Die haben sich auch getrennt, ne? Gerade am Trinken, bam. Spring ins Wasser. Juhu. Oh, nice. Jetzt sind wir im Wasser. Ja. Du musst dir freie Bahn zur Station verschaffen. Das Infrarot zeigt Gegner im Haus vor dir. Okay, dann Infrarot rein. Okay, erstmal der auf der oberen Ebene. Oh. Moment. 10 Meter und das ist nur... Naja, okay, sind 100 Meter, stimmt. Jawohl, und den auf. Bam. Oh, nice. Juhu. Eine Runde tauchen gehen hier. Uh, cool. Achso, da ist ein Loch drin, okay. Ah. So hätte ich natürlich auch hier reinkommen können und alle eliminieren können. Ich guck noch mal kurz da. Haha. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Ist da noch irgendwas? Ne, ist ne leere Kiste. So. Hier scheinen keine Feinde zu sein. Hehehe. Nummer 2. Oh, voll der Ultra-PC. Kugelsicher. Und reinhauen. Die Show kann beginnen. Okay, da oben scheinen keine Feinde zu sein. Doch. Oh, das war ein guter Schuss. Was passiert, wenn ich hier jetzt rausspringe? Hehehe. Kann man das überhaupt... Ja, sie... Oh, ein Glück, ey. Boah. Achso, ich dachte gerade, der wäre auch tot hier. Noch eine Leiche. Oh. Erstmal. Wieder hier, ne? Ups. Alter, wo hänge ich denn? Ach. So. Ja, jetzt auf einmal. Nein. Blöde Pissnäcken. Stinken. Stinken. Egal, ich musste hier sowieso alle eliminieren, aber... Ja. Scheiße, Bahn. Da hatte mir der mich doch noch gesehen, ja. Mit Blick auf die Seilbahnstation. Ah, schochen, Mann. Verlegen auf der anderen Seite sichtbar. Bestätigt. Videoübertragung zeigt Einheiten in den Wachposten auf der anderen Seite. Reif zuerst den oberen Post ab. Scheiße, ey. Okay, verstanden. Der einzige Weg ist rechts über die Kippen und dann nach unten. Das Wasser wird deinen Fall bremzen. Nein! Ein Millimeter. Ja. 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 So, den ganzen Spaß also nochmal. Ja, stehe mir schuldigst du mir aber einen. Ach. Etwas höher als angenommen. Ich werde es überleben. Gut zu hören. Schwimm zum Strand. Du musst die freie Bahn zur Station verschaffen. Das Infrarot zeigt Gegner im Haus vor dir. Voll in die Backe. Warte mal. Das heißt, der Wind kommt von links, ne? Oh, verdammt. Da war ich mal wieder zu ungeduldig. Na los. Mann, ey. Bam. Hab ihn trotzdem erwischt. Super, ey. Hui. Nochmal ne Runde tauchen gehen hier. Frage ist nur, was ist jetzt mit den, äh, sammelbaren Objekten, die ich da hatte. Die beiden schon sind hier jetzt auch weg. Ja, sehr gut. Die habe ich also schon. Hui. So. So. Die Show kann beginnen. Da haben wir ihn ja. Zehn Meter. 200. Voll in den Mund. Juhu. Gut. Das wäre geklärt. Dann ist gleich als allererstes der beschissene Scharfschütze dran. Könnte ich den theoretisch auch schon... Schade. Wir scannen ihr Gebiet. Feindliche Truppen sollten auf ihrer Minikarte erscheinen. Und zwar... Jetzt. Uh. Cool. Okay. Da haben wir den Scharfschützen. Oh Gott, das ist ja mehr Raten als alles andere. Ah, okay. Der liegt da also. Sehr gut. Das hat doch gut geklappt. So. Alter, wie ungenau der so ist, ne? Egal. Ähm. Den hinteren könnte ich, oder? Schaffe ich den? Den könnte ich schaffen. Das würden die anderen aber mitbekommen. So wie die gerade stehen. Jetzt haben sie gerade beide weggeguckt. Ha. Idiots. So. Oh, oh. Jawoll, Double Kill. Nice. Ja, hat doch gut geklappt. Äh, ja, ist ja gut. Verzeichnet. Ja. Ja, ist so, ganz ehrlich. Ich habe jetzt mal ein CSR-Team bereitsteht. Ich habe auch vor, unsere Männer oder sekundäre Einheiten, wenn ihnen das lieber ist, da herauszuholen. Egal, was es kostet. Reiz more out. Ja. Ach ja, ach ja. So, hier oben ist nichts. Okay. Da scheine ich nicht rüber zu kommen. Gehen wir doch mal hier unten lang. Oh, das sieht wieder nach dicker Scharfschützen-Position hier aus. Oh ja, oh ja. Oh. Oh. Wir schauen so. Ziel erreicht. Lagebericht. Können Sie die Position der Zielperson identifizieren? Over. Negativ. Im Moment nicht. Pfff. Heli, Mann flug auf 6 Uhr 3.1. Nicht auffallen. Mhm. Kopter gelandet. Ich sehe Kalado. Kein Zeichen von Merinov. Oder dem Paket. Uniform. Positive Identifikation unserer Leute. Sie sind okay. Nur an der schwere Bewachung. Bewegung nahe der Landebahn, Osten. Okay, hoheranges Ziel in Sicht. Sichtbestätigung, dass das Paket in das Flugzeug geladen wird. Scheiße, ich glaube nicht, dass unsere Jungs zusammen mit dem Paket rauskommen. Bitte um Erlaubnis, unsere Männer rauszuholen. Abgelehnt. Primärsinnig ist die Biowaffe. Wenn die gesichert ist, können wir uns um die Kameraden kümmern. General, ich habe einen besseren Überblick über die Situation. Ich empfehle dringend, die Kameraden zu evakuieren und das Flugzeug in der Luft abzufangen. Negativ. Wir haben keine Mittel, um es abzufangen. Das ist ein direkter Befehl von JSOG. Hochreiniges Ziel sichern, Mission fortsetzen. Verstanden? Verdammt, die exekutieren unsere Männer! Na dann. Oh, Wind, Wind, Wind. Scheiße, nein! Das gibt es nicht! Hier ist schutzlos. Wir müssen ihn decken. Ja, war so klar, ey. Oh, Mann! So ein Bullshit! Ja, ich drück. Bam! Oh, Scheiße, den zweiten habe ich nicht, ne? Wir müssen ihn decken. Jawoll! Boah, ey, das war mal... Oh, Scheiße, da war ich schon wieder... Dann musst du mir zu mir bewegen. Da war ich schon wieder zu ungeduldig. Jetzt sind es vier. Hehe. Jawoll! Hehe, alles. Verdammt, wo geht der hin? Hier ist Dias, AC-1337. Hört mich jemand? Hier ist Razor 3-2. Verdammt gut, deine Stimme zu hören, Dias. Das sagt der Richtige. Ich brauche Hilfe, um hier rauszukommen. Ich habe eine verrostete Automatik und nicht für Munition ist die Luft rein. Nein. Okay, ich bin dann weg. Okay, bin unterwegs. Ich verliere dich gleich. Ändere Position. Bleib da. Roger, bei dich! Jo, ja, hallo? Was soll denn... Am Arsch! Geht doch, meine Fresse!